Ich bin George Meharis und das ist ein neuer Kampfstoff. Die Flaschen werden hier aufbewahrt, hinter diesen Türen. Kein Unbefugter kann diesen Raum betreten. Der Kampfstoff wird von dem besten Sicherheitssystem bewacht, das je existiert hat. Diese Tür zum Beispiel ist durch ein Zeitschloss gesichert. Und wenn man sie nur eine Sekunde zu früh öffnet, erhält man einen elektrischen Schlag von 1000 Volt. Wem es gelingt, diesen elektrisch geladenen Zaun zu überwinden, wird von Hunden angefallen, die auf den Mann dressiert sind. Kein Unbefugter kommt durch dieses Tor. Die Wachen sind über jeden Besucher genau informiert. Dieses Forschungsinstitut ist streng geheim und gegen die Außenwelt abgesichert. Ich bin überzeugt, dass uns mit Geheimagent Barrett Greift Ein ein außerordentlich spannender und aufregender Film gelungen ist. Sie werden mir Recht geben, wenn Sie ihn gesehen haben. Geheimagent Barrett Greifflüge Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018